Ja, wir sind in einer Serie von Botschaften, die da lautet, was kommt jetzt? Und wenn du neu bist hier in der Oase Church oder auch neu online mit dabei bist, auf YouTube oder auf unserer Webseite oasechurch.tv oder auch auf Facebook Live, dann möchten wir dich herzlich begrüßen, auch willkommen heißen. Wir tun das so, als wärst du hier, weil du gehörst zu uns dazu. Was tun wir hier? Ja, wir lieben Jesus, wir lieben seine Worte, wir lieben einander. Wir lieben es, die Bibel zu studieren. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Brief, Gottes Buch an uns Menschen ist, der uns all das sagt, was wir wissen sollten, was wir wissen müssen und vieles auch nicht sagt, was für uns nicht so wichtig ist. Es gibt einen Vers im 5. Mose, der sagt, die geheimen Dinge gehören dem Herrn alleine, aber was uns offenbar ist, das gehört uns. Und auf das wollen wir uns auch immer fokussieren. Wir wollen uns nicht fokussieren auf das, was wir nicht wissen, sondern wir wollen uns darauf fokussieren, was Gott will, dass wir wissen, dass wir Erkenntnis erlangen, dass wir Offenbarung und Einsicht gewinnen und wir lieben Jesus und seine Worte. Deswegen tun wir, was wir tun und schön, dass du mit dabei bist. Ja, heute ist der sechste Teil. Wir studieren das Buch der Offenbarung. Bevor wir das tun, möchte ich euch ein freudiges Erlebnis mitteilen. Viele von euch wissen es schon, aber die Christi und ich sind überglücklich. Wir sind diese Woche, ich glaube am Donnerstag, ja genau, am Donnerstag war es, am 4. Februar, 13 Minuten vor Mitternacht, also gerade noch am 4. Februar schon fast am 5. 13 Minuten vor Mitternacht, 51 Zentimeter lang, 3.715 Gramm, ziemlich gut beisammen und ich habe mir ehrlich gesagt so viele Sorgen gemacht, weil unsere Schwiegertochter, die Sissi, so zart ist und so niedlich ist und so lieb ist und so körperlich auch so zart ist. Wie soll sich das ausgehen? Genau, es ist wunderbar gewesen und wir sind wirklich dankbar. Vielleicht können wir ein paar Fotos zeigen, ich habe ein paar Fotos mitgebracht. Genau, das ist unmittelbar nach der Geburt, der Raphael, unser viertes Kind, also das vierte, unser Sohn, das vierte Kind mit der Sissi und es waren wenige Minuten oder wenige Augenblicke nach der Geburt. Es gibt aber auch schon ein paar neuere Fotos, habe ich gesehen. Genau, ist die nicht süß? Schaut aus wie der Opa, oder? Ich meine schon, ein bisschen, schaut genau hin, die Nase, oder? Das ist doch ganz der Opa, ja, sage ich auch, danke. Ihr seid wieder einmal meiner Meinung, ja und die, die nicht meiner Meinung sind, wie immer, nicht jeder kann recht haben, ja. Also, das nächste, ich glaube, es gibt nur ein Foto, oder? Gibt nur ein Foto? Eins gibt es noch, oder? Ah, da ist es, ja, wow. Mittlerweile gibt es schon hunderte Fotos, ja, also der Rafi kennt sich nicht mehr aus, er ist ja der Profi-Fotograf und Video-Experte, also da wird vieles, vieles kommen. In Sprüche 17, Vers 6 steht, Kindeskinder sind die Krone der Alten. Da haben wir gedacht, Alter, Krone der Alten. Ja, ich bin also schon alt und Väter sind der Stolz ihrer Kinder. Also, wir sollten sie auch stolz machen, wir sollten alles als Väter, als Großväter, sollten wir alles tun, um sicherzustellen, dass wir ein angemessenes Erbe hinterlassen. Wir dürfen ein Erbe hinterlassen und damit meine ich nicht nur das Finanzielle oder überhaupt eigentlich nicht das Finanzielle, sondern eigentlich meinen wir damit, was wir hinterlassen, die Legende, die Geschichte, die wir geschrieben haben mit unserem Leben. Und im Sprüche 13, Vers 22 steht, der Gerechte hinterlässt ein angemessenes Erbe für seine Nachkommen. Und das ist etwas ganz, was Wichtiges. Hat ganz wenig mit Geld zu tun, vielleicht ein bisschen, aber das meiste davon hat zu tun damit, dass wir unser Leben, so wie wir leben, was wir tun und so weiter, hinterlassen, die Spuren hinterlassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Wichtigste, was wir hinterlassen können, ist unser Leben, unser Charakter, die gemeinsamen Erfahrungen, die gemeinsamen Zeiten. Zeiten, heute hat meine Mutter Geburtstag und sie ist ja im letzten Jahr im Mai von uns gegangen und ich erinnere mich einfach so gerne an all das, was sie uns weitergegeben hat. Vor allem ihren Glauben, der in den letzten Monaten und Jahren ihres Lebens so richtig gewachsen ist. Das wollen wir hinterlassen, oder? Glauben, Weisheit und diese Dinge. Aber ich kann euch nur eines verraten. Großvater, also Enkelkinder zu bekommen, ist nochmal eine andere Liga, wie Kinder zu bekommen. Ich habe das auch nie geglaubt, aber es ist wirklich so. Das kann man sich nicht vorstellen. Darum möchte ich alle Eltern ermutigen, die ihr unanständige oder nicht so brave Teenager habt, lasst sie am Leben, tut ihnen nichts, behandelt sie gut und eventuell geben sie euch dann Enkelkinder. Und das ist alles wert. All, was du durchmachen musst mit ihnen, ist es wert. Wir haben super Kinder und wir sind auch sehr dankbar, dass es so ist. Okay, also gehen wir zu unserer heutigen Lektion. Ich habe heute einen Titel gewählt, der klingt hart, aber ist ganz und gar nicht hart. Sondern es sollte uns die Augen öffnen dafür, wie Gott wirklich ist, wie Gott wirklich kämpft und wie auch wir kämpfen sollten. Die Botschaft heißt Heiliger Krieg. Und ich habe so viele Sachen schon rausgenommen gestern. Gestern war ein schwerer Tag für mich. Ich habe sehr viel aussortiert. Das wäre auch noch gut, das wäre auch noch gut, das wäre auch noch gut. Und dann habe ich mich entschlossen, ich gebe euch heute das, was ich euch heute zu geben habe. Und es wird dann einen zweiten Teil von Heiliger Krieg geben, das nächste Mal. Und das wird dann der Abschluss auch sein von dieser Serie. Es wird also sieben Teile geben. Heute Heiliger Krieg und nächstes Mal auch noch einmal genau der gleiche Titel mit einer Folge von dem, was wir heute nicht schaffen. Also nächsten Sonntag pausiere ich und dann in zwei Wochen ist dann der Abschluss dieser Serie. Nächste Woche bitte unbedingt nicht verpassen, denn da haben wir einen sehr besonderen Gast sprecher. Den verrate ich noch nicht. Aber wir werden es diese Woche bewerben auf die diversen Social Medias. Und ja, ich freue mich sehr darauf. Ich darf auch einmal pausieren. Ich werde da sein, aber trotzdem nicht sprechen nächste Woche. Ich freue mich schon sehr auf diese kurze Pause. Und dann nach dem siebten Teil von dieser Serie werden wir mit dem Thema der Offenbarung, weil da gibt es so viel noch zu sagen, werden wir auf Mittwoch übersiedeln. Das heißt, wir werden die restlichen vielen Antworten und der restlichen Kapitel der Offenbarung dann nach unserem Daniel-Studium, was in drei Wochen fertig ist, dann werden wir auf Mittwochabend übergehen mit der Offenbarung. Und da werden wir noch viel, viel lernen. Wenn man die Offenbarung liest, und vielleicht bist du ganz neu in der Bibel oder bei der Bibel, die Offenbarung ist nicht das Buch, in dem man quasi zu lesen beginnt, wenn man gläubig wird. Das würde ich dir nicht raten. Und ich habe auch noch nie in meinen 23 Jahren als Pastor noch nie am Sonntag eine Serie gemacht über das Buch der Offenbarung. Ich habe, glaube ich, vor zehn Jahren ungefähr einmal am Mittwochabend eine Vers-für-Wer-Studie gemacht von der Offenbarung. Nur die haben wir schon vernichtet. Das haben wir schon verbrannt. Ich habe meine Meinungen zu dem Thema schon so oft revidiert. Nein, verbrannt nicht. Es ist es meiste gut. Aber vieles von dem, was ich damals gelehrt habe, würde ich heute anders sehen und betrachten. Aber Faktum ist, das ist das erste Mal, dass wir am Sonntag über die Offenbarung reden. Und es ist auch nicht normal, dass wir diese Themen am Sonntag behandeln. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir einmal davon gehört haben. Alles klar. Wenn man die Offenbarung richtig liest, sagen wir mal richtig, richtig, dann sieht man Schönheit. Man sieht die Herrlichkeit Gottes. Man sieht nicht das Schlechte in erster Linie. Man sieht die Herrlichkeit Gottes. Man sieht Jesus. Man bekommt auch keine Angst. Wenn du die Offenbarung richtig liest und richtig verstehst, dann ist das Ergebnis nicht Angst und auch nicht Gewalt. Interessanterweise. Es ist kein gewaltvolles Buch, wie viele glauben. Darüber werde ich nächstes Mal sehr viel sagen. Sondern über die Herrlichkeit Jesu und vor allem auch die Liebe Gottes. Wer von euch ist froh, dass er die Liebe Gottes kennengelernt hat? Darf ich fragen? Die Liebe Gottes. Die Liebe des Vaters. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, das inkludiert alle Menschen, die du kennst, die, bei denen du dir es gar nicht vorstellen kannst, jeder, der an ihn glaubt, der hoffnungsloseste Fall in deinen Augen, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also das ist die Botschaft der Bibel und falls du es nicht weißt, die Botschaft in der Offenbarung ändert sich nicht plötzlich. Der Jesus ist nicht plötzlich ein böser, gewalttätiger, der jetzt sich geändert hat oder der anders ist. Er ist ein und derselbe. Wer glaubt, dass das so ist? Und zu dem sage ich dann noch etwas. Aber die Bibel ist eine Botschaft. Sie hat 66 Abteilungen. Es ist Gottes Geschichte. Es ist eine einheitliche Geschichte, die zu Jesus führt. Es ist eine Botschaft. Sagen wir das gemeinsam. Eine Botschaft. Eine Geschichte. Die Geschichte Gottes. Und diese Geschichte der Bibel führt uns zu Jesus. Ich illustriere mal, was ich meine. Das erste Kommen Jesu war vor ungefähr 2000 Jahren. Und das war ein ganz wichtiges Kapitel in der Geschichte von Gott oder in der Geschichte von Jesus. Wir haben die Geburt Jesu. Wir haben sein Leben. Wir haben seinen Tod. Wir haben seine Grablegung. Wir haben seine Auferstehung von den Toten. Darf ich fragen, wer glaubt daran, dass er wirklich auferstanden ist? Halleluja. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr. Und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, bist du gerettet. Du bist erlöst. Also wir haben die Geburt, sein Leben, den Tod, die Grablegung, die Auferstehung und die Himmelfahrt. Und weißt du, in Österreich sind wir ja Leute, die gerne Feiertage feiern, richtig? Da haben wir Arbeit, da haben wir frei. Außer du, keine Ahnung, bist in der Gastronomie oder bist Polizist oder Krankenschwester. Aber wir lieben Feiertage. Und wir haben für alle seinen Feiertag. Sogar für Christi Himmelfahrt. Und sogar für Maria Himmelfahrt. Obwohl das gar nicht bestätigt ist, dass die wirklich aufgefahren ist. Ich glaub's eher nicht. Aber Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Und wir haben für alle seinen Feiertag. Aber hier ist die wichtige Erkenntnis. Die ersten Christen haben nicht Weihnachten gefeiert. Sie haben auch nicht Karfreitag gefeiert. Sie haben auch nicht, ob sie Ostern gefeiert haben, nicht. Nein, was haben sie getan? Sie haben sich jeden Sonntag getroffen. Was ja nicht der Sonntag ist in dem Sinne, sondern der erste Tag der Woche. Und deswegen feiern wir jeden ersten Tag der Woche, der Tag nach dem Sabbat, feiern wir die Versammlung der Heiligen. Amen. Weil wir uns jede Woche an die Auferstehung Jesu erinnern. Was will ich damit sagen? Die Christen damals sind nicht hergegangen, jetzt müssen wir Weihnachten feiern. Jetzt müssen wir Karfreitag feiern. Jetzt müssen wir Ostern feiern. Jetzt müssen wir die Christi Himmelfahrt feiern. Sondern das war für die alles, jetzt passt bitte gut auf, das war für die alles eine Geschichte. Nämlich das erste Kommen Jesu und alles, was er damit getan hat. Er wurde geboren, aber er wurde nicht geboren, um ein Mensch alleine zu sein, sondern er wurde geboren, um als Sohn Gottes für uns zu sterben. Und dann durch seine Auferstehung zu bestätigen, wer er ist. Ich will dir die Augen dafür öffnen. Diese Feiertage sind super. Ich liebe Weihnachten, ich liebe Ostern, wenn wir es mit dem richtigen Herzen tun. Aber für die Christen damals war das alles eins. Es war sein erstes Kommen. Sagen wir das gemeinsam. Sein erstes Kommen. Der Advent Jesu Christi, sein erstes Mal, wo er kam. Eine Botschaft. Die Bibel berichtet von der Schöpfung und von der Erlösung. Eine Botschaft. Von Anfang bis Ende. Eine Botschaft. Ein roter Faden. Alles eine Geschichte, die Gott hier uns zeigt. Mit einem Ziel. Sagen wir mit mir, ein Ziel. Ein Ende. Das sind nicht mehrere Dinge, sondern Gott hat ein Ziel. Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Wer glaubt, dieses Ziel Gottes hat sich verändert? Natürlich nicht. Hat sich Gottes Ziel verändert? Seit er zum ersten Mal da war. Jesus kam auf diese Erde mit einem Ziel. Stimmt es? Uns zu erlösen. Hat sich dieses Ziel verändert? Wenn wir jetzt die Offenbarung lesen. Natürlich nicht. Sein Ziel, seine Absicht, das Ende, das er vor Augen hat, ist immer noch ein und dasselbe. Er bringt nur beim zweiten Mal, wenn er wiederkommt, das zur Erfüllung und das zum Ende, wofür er beim ersten Mal gekommen ist. Sieht, der Sieg ist schon unser. Nur wir sehen ihn noch nicht überall. Aber er gehört bereits zu 100% uns. Wir leben im neuen Bund. Er ist für uns gestorben. Er sieht keine Sünde in unserem Leben, wenn wir ihm vertrauen und wenn er uns reingewaschen hat von aller Schuld, weil wir ihm vertrauen und Vergebung gebeten haben. Er hat uns freigemacht. Wir sind gerecht gesprochen. Wir sind Kinder Gottes. Aber manchmal schaut es halt noch ein bisschen anders aus. Stimmt das? Schaut es bitte auch manchmal anders aus? Ich bin ein Königskind, aber wirklich. Jesus, im Moment gehe ich durchs Feuer. Im Moment plagen mich ein paar Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen, aber es gibt ein paar Dinge, um die muss ich mich kümmern. Und die schauen nicht so aus, als würdest du schon voll und ganz in meinem Leben regieren. Aber jetzt hör mir gut zu, das ändert alles nichts an der Tatsache, dass du A 100% Kind Gottes bist, B 100% gerecht gesprochen bist und C 100% Mitglied bist der Familie Gottes, des reiches Gottes. Und wenn er wiederkommt, dann bringt er nur das zu Ende oder er bringt das ins Sichtbare oder das zur Erfüllung, was er bereits beim ersten Mal vollbracht hat. Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Ich möchte das noch einmal wirklich nach Hause bringen heute, weil es so wichtig ist. Du kannst mit vielen Christen reden. Über die Endzeit zum Beispiel. Dieses Wort kommt in der Bibel eigentlich gar nicht vor. Du redest mit ihnen und da sind sie am schnellsten beleidigt, wenn du ihre Endzeit-Theologie ein bisschen konfrontierst, sind viele Christen gleich mal schnell beleidigt. Und so weiter. Also du kannst über viel reden, wie bei der Politik. Du darfst auch nicht viel sagen. Als Prediger, ich habe das gemerkt, wenn ich mit anderen Pastoren über die Endzeit rede, ich kann über alles reden. Aber Endzeit, da fliegen manchmal wirklich die Fetzen. Aber im positiven Sinne. Aber ich will damit sagen, dass der Jesus vom ersten Kommen immer noch derselbe ist vom zweiten Kommen. Er ist das Lamm Gottes, er bleibt das Lamm Gottes. Er ist der Friedefürst, er bleibt der Friedefürst. Aber wenn du mit manchen Christen über diese Themen redest, bekommst du den Eindruck, dass der Jesus, der wiederkommt, ein ganz anderer ist. So ein bisschen gewalttätig. So ein gewisser, hey, jetzt aber zahle ich es allen heim. Nicht, dass sie das wirklich vielleicht glauben, aber wer weiß, was ich meine? Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sie so denken. Stimmt das? Und drum, Jesus im Hebräer 13, Vers 8, lesen wir das bitte laut, deutlich gemeinsam. Eins, zwei, drei. Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Noch einmal. Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Und ihr müsst sowieso nächstes Mal wiederkommen oder zuschauen, weil all die guten Dinge, die ich heute bringen wollte, habe ich wegschmissen für nächstes Mal. Also, aber ist ja okay, weil niemand hier bis ein Uhr sitzen will. Also ich will nach Hause und hoffentlich, na heute kommt das Enkelkind noch nicht nach Hause. Ich habe es nicht einmal gesehen. Nicht einmal ins Krankenhaus lassen Sie mir eine. Aber es ist wurscht. Ich bin geduldig. Die Vorfreude ist die schönste Freude. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das Ziel Gottes ist von Eden, vom Garten von Eden, dort haben wir angefangen, zu einem neuen Eden. Die Bibel, wir haben darüber letztes Mal gesprochen, in Genesis 21 und 22. Neuer Himmel, neue Erde und das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab. Das heißt, wir haben von Eden zu Eden. Von Eden zu Eden. Und diese vergangene Woche habe ich mit meinen Brüdern gesprochen. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Brüder. Und mit zwei meiner Brüder habe ich gesprochen. Die sind schon lange im Glauben. Die sind felsenfest im Glauben. Und sie hören nicht alle meine Predigten. Ja, leider sind sie noch nicht drauf gekommen. Das, nein, Spaß. Aber sie haben zum Beispiel die Vaterunser-Serie gehört, die hat ihnen sehr gedaugt. Aber jetzt habe ich ihnen erzählt, was ich jetzt so predige. Einer lebt in Amerika, einer in Deutschland. Und da haben wir mit einem, mit beiden habe ich über eine Stunde gesprochen über das, was ich mit euch heute rede. Und nach 35 Jahren Glaubensleben merke ich, und sie sagen es mir auch, wie dankbar, dass sie sind. Und das endlich mit dem Endzeitthema, dieses Ängstliche, dieses Fürchterliche, dieses Bild von einem grausamen Gott, der wiederkommt und alles zerstört, dass wir damit, dass sie endlich das hören. Die warten schon dreieinhalb Jahrzehnte drauf. Um möchte ich dazu sagen, ich bin nicht der Einzige, der so predigt oder überhaupt einer der wenigen. Eines kann ich dir hundertprozentig sicher sagen. Je mehr du dich mit diesem Thema beschäftigst, umso mehr kommst du drauf, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass das Ende ein neues Eden ist. Und dass im Mittelpunkt der Offenbarung nicht Zerstörung steht, sondern Wiederherstellung von allem. Und ich habe das letzte Mal gesagt, ich kann das ja behaupten, weil ich war auch schräg unterwegs. Ich habe auch überall den Teufel an die Wand gemalt und der Teufel ist real. Amen. Aber die Geschichte Gottes ist eine gute. Und wir wissen, wer gewinnt. Wir gewinnen. Amen. Weil Jesus Christus gewinnt und wir sind auf seiner Seite. Und dann habe ich zu einem meiner Brüder gesagt, hey, lese einmal die ersten zwei Kapitel der Bibel und die letzten zwei Kapitel in einem. Zuerst die ersten zwei, 1. Mose 1 und 2. Die Schöpfung und Paradies und sie waren nackt und sie liebten sich etc. Bevor der Sündenfall kam. Und dann ließ ich die letzten zwei Kapitel der Bibel, 21 und 22 und es beginnt so. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann hat mein Bruder gesagt, der seit 35 Jahren die Bibel liest, so habe ich das noch nie gesehen. Der Anfang wie das Ende. Das Eden war ein kleiner Garten, ein kleines Paradies. Definitiv. Und das globale Eden wird nur weltweit sein oder himmel- und erdeweit sein für uns alle, die wir zu ihm gehören. Und die passen nicht mehr in einen kleinen Garten, sondern das passt in einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das ist das Endziel Gottes. Das ist, warum Jesus gekommen ist. Deswegen ist Jesus für dich gestorben, um dich bereit zu machen, in der Gegenwart Gottes zu leben. Denn in Gottes Gegenwart gibt es keine Sünde. Amen. Gibt es nicht. Du musst gerecht gemacht sein. Gottes Ziel ist nicht Zerstörung. Gottes Ziel ist Wiederherstellung. Sein Wille ist zu retten. Du glaubst es immer noch nicht? Lesen wir 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Da steht, das ist schön und gefällt Gott unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lesen wir es nochmal gemeinsam. Das ist schön und gefällt Gott unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dieser Vers sagt nicht, dass alle gerettet werden. Aber es sagt, dass Gott es möchte. Es ist sein Wille. Wenn du 6 Kinder hast, so wie ich oder wie ein Bekannter von mir, der hat 11. Natürlich wünschst du dir, dass alle Kinder am richtigen Weg sind. Oder? Wenn ihr ihr, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes geben wollt und das Beste wollt, wie viel mehr euer Vater im Himmel und drüber noch den Heiligen Geist und alles Gute geben will. Aber 11 Kinder zu haben, je mehr Kinder du hast, umso größer ist die Chance, dass eines nicht so ist wie du. Kann manchmal gut sein. Aber nicht den Weg einschlägt, den du gerne hättest. Richtig? Da fällt mir gerade etwas lustiges ein. Die Christi und ich müssen immer schmunzeln, wenn Eltern ihr erstes Baby haben. Weil dieses erste Baby ist ja immer das schönste Baby der Welt und perfekt. Und neulich, Jahrzehnte ist es her eigentlich, hat eine Familie ein Kind gehabt. Das Kind war wirklich so ein braves Kind, habe ich noch nie gesehen. Und wir haben gebetet, Gott schenke ihnen ein zweites. Und sie haben tatsächlich ein zweites bekommen und es war wie Tag und Nacht. Und plötzlich waren sie nicht mehr so verurteilend. Weil plötzlich hatten sie nicht mehr das perfekte Kind, sondern auch ein unartiges. Freunde, glaub mir eines. Ob deine Kinder die Bravsten sind oder weniger brav, hängt nicht immer davon ab, wie du bist. Da gibt es viele Faktoren. Hilft es, wenn wir gute Eltern sind? Definitiv. Aber ist es eine Garantie, dass wir, dass unsere Kinder so werden, wie wir es gerne hätten? Natürlich nicht. Aber können wir uns darauf einigen? Gott will niemanden in die Hölle schicken. Seien wir uns da einig? Er schickt auch niemanden in die Hölle. Das ist ein Platz, wo Menschen gehen, weil sie die Gnade und Liebe Gottes einfach nicht wollen. Aber dazu reden wir andersmal. Das ist nicht das Thema. Wir reden darüber, dass es ein Evangelium ist, eine gute Nachricht. Und da steht, es gefällt Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das widerspricht total dem, was heute in der Christenheit umher kursiert. Nur ein ganz kleines Überbleibsel wird gerettet. Schon mal so etwas gehört? Das ist keine biblische Lehre. Vor allem nicht Neues Testament. Entschuldigung. Wir haben schon gelesen, in vierter und fünfter Offenbarung, dass der Himmel sehr stark bevölkert sein wird. Sehr stark bevölkert. Was muss man tun, um in den Himmel zu kommen? Voll und ganz Jesus vertrauen. Man muss Jesus mehr lieben als alles andere. Und das könnte herausfordernd sein. Ich weiß, ich liebe Jesus mehr als alles andere. Das weiß ich. Und trotzdem tue ich manchmal Dinge, die das Gegenteil beweisen. Du auch, oder? Aber wenn ich mit mir Angesicht zu Angesicht gehe im Spiegel und mir die Sünde, die ich wieder begangen habe oder was ich wieder gesagt habe oder gedacht habe oder gar getan habe, dann schaue ich mir in den Spiegel und sage, Bilsel, das bist nicht du. Du bist ein Kind Gottes. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist frei. Du bist frei von der Macht der Sünde. Das passt nicht zu dir. Du bist ein neuer Mensch. Und trotzdem habe ich es getan, was pure Finsternis ist. Obwohl ich ein Kind des Lichts bin. Versteht ihr? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, Gott ist gekommen durch Jesus Christus, um für unsere Sünden zu sterben. Und er will, dass alle Menschen gerettet werden. Übrigens, die zwei Verse vorher in diesem Vers reden davon, dass wir für unser Land beten sollten, für die Regierenden beten sollten, für die Herrscher beten sollten, damit wir ein Leben führen können, das in Frieden ist und damit wir das Evangelium besser verbreiten können. Das ist der Hintergrund hinter diesem Vers. Gott will, dass wir beten für unser Land. Ich bete oft für unser Land. Nicht jeden Tag, aber oft. Und dann bete ich, Gott, mach es so, dass deine Liebesbotschaft noch mehr Menschen zugänglich gemacht werden kann. Und das wollen wir, oder? Er will, dass Menschen gerettet werden. Er hat keine Freude, wenn gottlose Menschen sterben. Keine Freude. Er will Menschen retten. Halleluja. Und darum hast auch du und ich, und auch wenn du noch nicht glaubst, du hast in dir dieses Verlangen, diese Sehnsucht nach dem Übernatürlichen, nach Gott, nach dem Allmächtigen. Vielleicht weißt du es gar nicht. Pascal hat gesagt, jeder Mensch hat in seinem Herzen ein Vakuumförmiges, ein Vakuum, ein Loch, das nur Gott füllen kann. Da passt nur Gott hinein. Wenn es ein rundes Loch ist, passt nichts Eckerts hinein. Weil es nur Gott füllen kann. Das hat jeder Mensch. Du sagst, aber manche Menschen tun so, als hätten sie es nicht. Das liegt daran, dass sie so abgehärtet sind, wenn du einmal trainiert hast im Fitnessstudio. Oder so wie ich, ich war ein irrsinniger Tennisspieler in meiner Jugend. Ich hatte eine Hornhaut auf meiner Schlägerhand. Die war so dick. Und wenn sie feucht war, konnte ich das millimeterdick runterschneiden. Warum? Weil es hat mir nicht weh getan. Es war eine Hornhaut. Und in einem der Petrusbriefe steht, Christen passiert das, wenn sie lange in der gleichen Sünde oder im gleichen Ungehorsam bleiben. Dann bildet sich eine Haut über das Herz, wo wir nicht mehr die Stimme Gottes hören oder nicht mehr unser Herz fühlen. Amen. Drum müssen wir immer wieder schauen, dass wir Self-Reflection, also Selbstreflexion betreiben. Ganz, ganz wichtig. Also deswegen hast du das Verlangen. Im Prediger 3, Vers 11 steht, in das Herz des Menschen, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Eine andere Übersetzung sagt, in unser Herz hat er hineingegeben, das Verlangen nach der Ewigkeit. Das Verlangen nach einem ewigen Leben. Das hat Gott hineingegeben. Er möchte eine Beziehung mit dir. Er hat dich geschaffen für sich. Für eine Beziehung mit dir, für Gemeinschaft mit dir, für Ewigkeit, für Liebe in aller Ewigkeit. Und das ist das Ziel. Ein globales Eden. Und hier ist die gute Nachricht. Wenn du schon mal verliebt warst oder bist, ich bin verliebt, nach wie vor, ich liebe meine Frau, ja, dieses Jahr 30 Jahre, in drei Monaten haben wir 30 Jahre Ehe, 32 Jahre zusammen. Es ist so wunderbar zu wissen, sie liebt nur dich. Und ich liebe nur sie, also ihre Liebe gehört ganz mir. Und als Christen denken wir oft, naja, wenn Gott ein paar Milliarden Kinder hat, weißt du, Gottes Liebe ist grenzenlos, bedingungslos. Und ich möchte dir empfehlen, das zu tun. Und tu das. Geh auf die Knie, jeden Tag, Gemeinschaft mit ihm. Und pfleg die Liebesbeziehung. Du wirst ein Gefühl bekommen, als wärst du der einzige Mensch, für den Jesus gestorben ist. Und das wäre er auch, wenn du der einzige Mensch wärst. Drum hat Johannes sagen können, der Jünger, den Jesus besonders liebt. Wenn du es lest im Johannesevangelium, denkst du, der Typ war arrogant, oder was? Er schreibt das Johannesevangelium und bezeichnet sich als den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Das kannst du nur dann, wenn du weißt, Gott hat endlose Liebe für alle. Und besonders für die, die ihn suchen. Die Liebe rennt ihm nicht aus. Und sie wird nicht egoistisch oder menschlich, sondern sie ist ewig. Mein Sohn, der Raphael, übrigens mein Enkelkind, heißt Eden. Cooler Name, oder? Eden. Folgendes hat er mal geschrieben, ich lese euch das vor. Eden ist unser wahres Zuhause. Gott hat es für uns Menschen geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, in seiner Gegenwart zu leben. Zu gedeihen und mit ihm zu regieren. Jetzt sehnen wir uns nach Eden. Unserem wahren Zuhause. Wir sehnen uns nach dem Himmel, dem neuen Himmel und der neuen Erde. Dem neuen Eden. Eden ist nicht nur ein Ort, sondern auch ein Experience, die Gegenwart Gottes. Das Schöne an Eden ist ja nicht, wie herrlich die Landschaft sein wird. Die ist ja auf dieser Welt auch ziemlich schön in manchen Plätzen, oder? Das Schöne an Eden ist, dass der, der dort ist, alles gemacht hat. Und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und das ist gewaltig, dass unser Ziel, unser Endziel ist Eden. Die ewige Gemeinschaft mit Gott. Wie bekommt man das? Indem man dem Lamm Gottes vertraut, und zwar voll und ganz. So, jetzt haben wir von Eden bis Eden. Sind wir alle klar? Was macht uns Probleme? Das dazwischen. Das dazwischen. Nur mir oder euch auch? Ich habe die Woche mit ein paar Leuten von euch telefoniert. Na ja, ich bin schon ein bisschen müde. Und es geht schon, ich habe schon, es geht weiter, aber ich bin schon ein bisschen müde. Und der andere sagt, na ja, es sind schon harte Zeiten. Ja. Aber das sollte uns ja eigentlich nur Mut machen. Weil wir wissen, wir gehen nur durch. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Aber unser Ziel ist, die ewige Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater, mit dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Sieht, das Evangelium bedeutet, dass der Mensch gegen Gott rebellierte. Er hat sich aufgelehnt. Und ab Kapitel 3 im Genesis siehst du, dass der Mensch gegen Gott rebellierte. Der erste Gedanke, dem die Schlange ihm eingeimpft hat, war, Was? Du willst da was sagen lassen? Du kannst auch Gott sein. Ist das nicht die größte Lüge unserer Zeit heute? Sei dein eigener Gott. Schaffe deine eigene Welt. Lebe on your terms. Dirigiere dein Leben. Regiere dein Leben. Sei der Herrscher deines Lebens. Und hier ist die traurige Wahrheit. Da ist so viel Wahrheit dran, nur komplett, komplett verdorben. Wer weiß, wenn man in ein Glas Wasser ein paar Tropfen Gift reingibt, dann ist es tödlich. Es ist immer noch Wasser, aber es ist jetzt tödlich. Und ich sage dir, es stimmt, dass wir herrschen sollten. Es stimmt, dass wir regieren. Es stimmt, dass wir Könige sind. Es stimmt, dass wir Herren sind. Weil er ist der Herr der Herren oder Herrinnen. Das stimmt. Aber wie hat Jesus regiert? Indem er sein Leben gegeben hat. Er hat regiert wie ein Lamm. Er hat gesagt, wer von euch der Größte sein will, der soll euer Diener sein. Oder der Diener aller. Jesus hat alles auf den Kopf gestellt. Und für die, die immer noch glauben, dass das, was du sagst, ist schön, aber es wird schon gewalttätig am Schluss und so weiter. Darf ich dir was sagen? Die Jünger haben sogar geglaubt, dass Jesus, der Messias, kommt und hier auf der Erde sein Reich aufrichtet und dass er dabei einen Krieg anfängt. Und dann ist Jesus am Kreuz gestorben. Und er hat trotzdem gewonnen. Aber ganz anders als erwartet. Und ich sage dir die Wahrheit. Die Wiederkunft Jesu wird anders als erwartet. Sie wird ganz anders als du vielleicht in irgendwelchen Endzeit-Seminaren gehört hast. Nichts. Wir lieben diese Menschen alle. Ich sage es nur. Ich glaube, es wird eine große Überraschung geben. Gott ist Liebe. Der Mensch rebellierte gegen Gottes Liebe. Er sündigte. Er wollte selbst Gott sein. Die Sünde führt zum Tod, führt zu Scham, Schande und Angst, sind die Folge. Aber Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 18. Und Gott ist auch die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Und im Johannes 1, Vers 14 steht, er, das Wort, Jesus, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Gnade oder Liebe und Wahrheit. Gnade oder Liebe und Wahrheit. Liebe und Wahrheit. Liebe ist Gnade und Wahrheit ist Gerechtigkeit. Und Jesus ist beides. Jetzt passt gut auf. Die meisten Christen, die ich kenne, die meisten Menschen, die ich kenne, sind in einem Extrem oder im anderen Extrem. Stimmt es? Wer von euch weiß, dass die meisten Menschen immer für Extreme gehen? Ein Extrem? Wahrheit, 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 Wahrheit. Wie werden solche Christen? Unausstehlich. Sie werden zu Pharisäern. Sie werden gesetzlich. Wahrheit ohne Liebe macht dich gesetzlich. Du kannst das Richtige sagen. Und die Pharisäer waren super Leute ursprünglich. Die Pharisäer waren im Alten Testament die Menschen, die für die Bewahrung des Wortes Gottes gesorgt haben. Und die Bewahrung der Dinge Gottes. Die Pharisäer waren gut. Nur Jesus, wie Jesus gekommen war. Vor 2000 Jahren. Und darum assoziieren wir heute Pharisäer mit eher negativ. Also eher mit Heuchler. Aber in Wirklichkeit haben die das Richtige getan. Sie haben sich um die Wahrheit gekümmert. Aber Wahrheit ohne Liebe führt wohin? Gesetzlichkeit. Und Liebe ohne Wahrheit ist Universalismus. Das schaut dann so aus. Liebe ohne Wahrheit. Sicher schon gehört, oder? Jeder soll machen, was er will. Wir müssen doch jeden lassen, was er will. Weißt du, alles tolerieren ist nicht Liebe. Wo sind meine Eltern her? Wenn du alles tolerierst, liebst du nicht. Sollten wir verurteilen? Nein. Aber jetzt ja gut so. Sollten wir beurteilen? Ja. Was ist der Unterschied? Wenn du, du solltest meine Predigt beurteilen. Weißt du das? Weißt du das? Weißt du, dass du heute verpflichtet bist, meine Predigt zu beurteilen? Du solltest dir Gedanken machen. Ist das, was der sagt, die Wahrheit? Sind das seine Gedanken oder Gottes Gedanken? Ja oder nein? Dumm ist, wenn du alles hörst und alles schluckst. Dann bist du verwehrt. Solltest du mich verurteilen? Nein. Und selbst wenn ich da stehen würde und deinen größten Caster zähl, solltest du nie wieder kommen. Aber du solltest mich nicht verurteilen. Du solltest sagen, der hat nicht mehr alle. Es ist vorbei mit ihm. Der hat keine Ahnung. Jetzt ist er Opa geworden. Jetzt dreht er komplett durch. Aber alles, prüft alles und behaltet das Gute. Sieh, eine verurteilende Haltung ist, wenn du überall und bei jedem nur das Schlechte siehst. Aber wenn ich meine Kinder anschaue und sage, hey, das ist gut für ihn, das ist weniger gut für ihn. Dann schaue ich nicht tolerant zu. Kommt darauf an, was es ist. Wenn ich will, dass er Fußballer wird und er wird Tischtennis-Spieler, dann denke ich mir mein Teil. Aber die Kinder dürfen machen, was sie wollen. Aber wenn sie auf einem verkehrten Weg sind, zuzuschauen und alles tolerieren, ist nicht die Antwort. Auch in unserer Gesellschaft heute, die Antwort ist nicht, jeder macht, was er will. Die Antwort ist nicht, alles tolerieren, wegschauen. Nein. Gott ist Liebe plus Wahrheit. Und er ist Wahrheit plus Liebe. Natürlich verstehen das manche falsch. Verstehen auch meine Kinder manchmal falsch. Der Papa hat schon wieder geschimpft mit mir. Und die gute Mama sagt, weil er dich lieb hat. Amen. Kann man falsch schimpfen und falsch korrigieren? Ja. Weil wir Menschen sind. Aber Gott ist Gott. Und seine Liebe und seine Wahrheit sind vollkommen. Und jetzt ist die gute Nachricht. Das Kreuz, wo Jesus für dich und mich starb, das Kreuz, verkörpert, sagen wir mal verkörpert, verkörpert beides. Liebe und Wahrheit. Wenn du Jesus fragen würdest, wie sehr liebst du mich, dann würde er sagen, so viel. Wenn Gott Liebe ist, warum kann er nicht einfach wegschauen? Warum muss sein Sohn sterben? Weil er die Wahrheit ist und gerecht ist. Und Sünde verdient eine gerechte Strafe. Und hier ist die gute Nachricht. Er hat sie für dich bezahlt. Und so vereinen sich am Kreuz die Liebe Gottes und die Wahrheit Gottes. Seine Liebe und seine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kann nichts sagen. Nicht so schlimm. Nein. Für jemanden, der perfekt ist und das totale Licht ist, ist eine Sünde zu viel. Richtig? Ich habe das schon oft erzählt, aber ein sehr bekannter Autor, sein Name ist Ken Blanchard. Einige von euch kennen ihn vielleicht. Er hat in den 80er Jahren tolle Bücher geschrieben über One Minute Manager und solche Sachen. Schon mal gehört? Er war kein gläubiger Christ, aber ein millionenfacher Bestsellerautor. Und er hat das Christentum belächelt. Er hat es nicht verstanden. Bis er hat es nicht verstanden, bis er auf einen Pastor getroffen ist, der ihn abgeholt hat, dort wo er ist. Und dieser Pastor hat ein Blatt Papier genommen, ein berühmter Pastor, Bill Hybels aus Willow Creek, ist ein paar Jahrzehnte mittlerweile her, hat ein Blatt genommen und hat gesagt, Ken, du weißt, ich schätze dich. Du bist ein guter Mann. Aber ich mache jetzt da einen Strich und das ist 100%. Können wir übereinstimmen? Gott ist 100%. Ja. Können wir übereinstimmen? Wenn es einen Himmel gibt, dann ist er perfekt. 100%. Ja. Sagt er, wo bist du? Du bist ein guter Mensch, hast eine Familie, Kinder, wo bist du? Na ja, sagt er, 55, 60. Okay. Wo ist Mutter Teresa? 90, 95. Wo ist Adolf Hitler? Der passt nicht aufs Blattl. Minus 100. Whatever. Und siehst du, ob du 95% oder 99% kannst, du kannst nicht drüber springen. Wer hat die Hochspringer schon mal gesehen? Die Latte liegt bei 2 Meter. Der Hochspringer sagt, 1,99 habe ich schon geschafft. Aber er bockt die 2 Meter nicht. Und wer weiß, die Bahre, oder wie heißt das? Die Latte fällt bei 1,99 oder bei 1,80. Sie fällt. Und im Himmel kommst du nur, wenn du drüber springst. Und nachdem du das nicht kannst, weil weder du noch Mutter Teresa bei 100 ist, sondern nur Jesus, brauchst du einen Erlöser. Und das ist eines der größten Probleme mit den Gutmenschen. Die glauben, sie sind so gut. Warum brauche ich Gott? Ich bin eh so gut. Weil sie nicht verstanden haben, dass sie komplett verblendet sind. Dass sie erstens einmal gar nicht so gut sind, wie sie glauben. Und selbst Egoisten sind, wenn sie alleine sind oder wenn sie sich aussuchen könnten, was sie wollen. Aber der Himmel ist nur für perfekte Menschen. Das ist die Wahrheit. Aber Jesus macht uns perfekt. Er macht uns vollkommen. Amen. Haben wir das verstanden? Das ist das Evangelium. Das Kreuz vereint Liebe und Wahrheit. Liebe und Gerechtigkeit. Und viele sehen das als Widerspruch. Naja, wenn du lieben würdest, wie kannst du so hart mit der Wahrheit sein? Ich kann liebevoll wahrhaftig sein, oder? Und das war Jesus. Jesus kam, um die Strafe zu bezahlen. Er bezahlte einen Preis. Er wurde verurteilt. Er wurde gerichtet. An deiner und meiner Stelle. 2. Korinther 5, Vers 21. Jesus hat den vollen Preis bezahlt. Na. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Er schenkt uns die Gerechtigkeit. Indem er den Preis für uns bezahlt hat. Er hat den vollen Preis für uns bezahlt. Gericht hat stattgefunden. Er hat das Böse besiegt. Aber ganz anders als erwartet. Seine Jünger glaubten, er wird jetzt übernehmen mit dem Schwert. Aber er hat gewonnen als Lamm, der sich niedergelegt hat und sein Leben gegeben hat. Offenbarung 12, Vers 10 und 11. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist geschehen. Jetzt ist es geschehen. Die Rettung ist da. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Das Reich gehört ihm. Von jetzt an herrscht Christus, sein König. Und hinausgeworfen ist der, der unsere Geschwister, die Brüder und Schwestern, die Christen, Tag und Nacht bei Gott verklagt hat. Und sie haben ihn besiegt. Sie haben ihn besiegt. Du hast ihn besiegt. Den Teufel. Durch Jesus. Weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Und sie ohne Rücksicht auf ihr Leben, sich zur Botschaft des Lammes bekannten, bereit auch dafür zu sterben. Zwei Dinge, die machen uns zum Sieger. Erstens, das Blut, was Jesus beim ersten Mal wieder gekommen ist, vergossen hat. Und zweitens, weil wir am Bekenntnis zu Jesus festhalten. Ich werde nächste Woche auch das Markenzeichen des Biestes ansprechen. Weil es genau darum geht nämlich. Es geht genau darum, dass unsere Treue nicht der Welt gehört. Unsere Treue gehört Jesus alleine. Und für die war es so schlimm, dass sie sogar dafür sterben mussten. Manchmal und öfters. Jesus hat gesiegt. Wie? Ganz anders, als die Jünger erwartet haben. Der Samstag zwischen Freitag und Sonntag war schrecklich für die Jünger. Die haben geglaubt, die Welt ist vorbei. Ihr Sieger, ihr König, ihr Messias ist tot. Aber genau das wusste Jesus, dass passieren muss, um zu gewinnen. Wie überwinden wir? Wir überwinden, indem wir uns auf das Blut des Lammes verlassen. Und indem wir in dieser Welt am Bekenntnis unserer Treue festhalten. Die können mir machen, was sie wollen. Meine Treue gilt Jesus alleine. Bin ich perfekt, weit weg davon. Mache ich Fehler? Natürlich viele. Habe ich Sünden in meinem Leben? Mehr als genug. Meine Treue gehört Jesus alleine. Und wenn ich sündige, dann bitte ich ihn um Vergebung. Weil sein Blut wäscht mich weiß wie Schnee. Wir überwinden das Böse. 1. Korinther 2 Als ich zu euch kam, liebe Geschwister, schreibt Paulus, um euch Gottes verborgenen Rettungsplan weiterzugeben, tat ich das nicht mit überragender Redekunst oder tiefer Gelehrsamkeit. Denn ich hatte mich entschlossen, unter euch nichts anders zu kennen, aus Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich fühle mich sehr schwach dabei und zittere vor Angst. Mein Wort und meine Predigt beruhten ja nicht auf der Überredungskunst menschlicher Weisheit, sondern auf der Beweisführung von Gottes Geist und Kraft. Denn euer Glaube sollte er sich ja nicht auf menschliche Weisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und doch verkündigen auch wir Weisheit für die, die dafür reif sind. Das ist nicht die Weisheit der heutigen Welt, auch nicht die der Machthaber dieser Welt, die ja irgendwann entmachtet werden. Wer wird sie entmachten? Jesus. Wenn Jesus kommt, das hören wir dann nächstes Mal, dann wird er der König sein und alle Machthaber und Reiche werden vergehen. Nein, wir predigen das Geheimnis der von Gott verborgenen Weisheit, dass diese jetzt für uns sichtbar wurde, hat Gott schon vor aller Zeit bestimmt, damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Jetzt passt bitte sehr gut auf. Nächster Vers. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat sie erkannt, die Weisheit Gottes. Denn wenn sie diese Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Warum hat der Teufel Jesus kreuzigen lassen, obwohl das der Weg war zur Erlösung? Warum? Hast du mir darüber nachgedacht? War er so blind? Ja. Ganz genau. Ich meine, wenn ich weiß, okay, der Messias muss sterben und er wird dann wieder aufstehen und das ist die Erlösung der Welt, dann trage ich doch nicht bei dazu, dass er gekreuzigt wird, oder? Dann tue ich doch alles in meiner Macht zu verhindern, dass er gekreuzigt wird. Dann lass ihn terschießen, oder dann, keine Ahnung, dann schadet er seinen Unfall hat, oder so. Aber, versteht ihr, was ich sage? Wenn ich der Teufel wäre, der bin ich Gott sei Dank nicht. Wenn ich der Teufel wäre und ich wüsste, ich hätte Erkenntnis darüber, dass Erlösung durch den Tod und die Auferstehung des Messias kommt, dann würde ich ihn noch nicht kreuzigen, oder? Macht das Sinn, was ich sage? Aber hier ist die gewaltige Wahrheit. Er ist tatsächlich blind. Und hier ist, was der Teufel nie verstehen wird. Hörst du mir zu? Liebe. Er versteht Liebe nicht. Das kommt nur von Gott. Der Teufel versteht Liebe nicht. Und deswegen hat er nie verstanden, dass die Kreuzigung der Weg ist zum Heil. Er hat geglaubt, wenn ich ihn hinrichten lasse, ist er endlich weg. Aber es kam ganz anders. Und ich sage euch, ich bin davon überzeugt, auch bei der Wiederkunft Jesu werden viele überrascht sein. Vor allem die, die glauben, er kommt und er richtet bei Armageddon ein Blutbad an. Das ist der größte Quatsch, den du dir jemals vorstellen kannst. Unser Friedefürst richtet kein Blutbad an. Aber dazu muss das nächste Mal kommen. Ich verspreche es dir. Nächstes Mal sprechen wir über das Zeichen des Biestes über Armageddon und noch ein paar heiße Eisen. Aber eines kannst du schon wissen. Das Gericht hat stattgefunden vor 2000 Jahren. Wann Jesus wiederkommt, kommt er mit einem Schwert aus seinem Munde. Nicht in der rechten Hand oder der linken Hand, sondern aus seinem Munde. Und ich glaube, da kann man nicht, das ist ein bisschen schwierig so zu kämpfen, oder? Nein, er kommt wieder mit Wahrheit. Und Wahrheit schneidet durch jede Lüge. Er kommt mit Licht und das verdrängt jede Finsternis. Er kommt mit Gerechtigkeit und das verdrängt jede Falschheit. Wieder sein wird immer nächste Woche. Aber tue ich schon mal überlegen. Armageddon ist kein Blutbad, wie du es glaubst. Zumindest nicht von Jesus ausgelöst. Satan zerstört sich immer selbst. Habt ihr gemerkt, beim ersten Mal hat Jesus gar nichts beitragen müssen. Der Teufel hat es selber geschafft, dass sich das Böse selbst zerstört. Und es wird wieder so sein. Nicht vergessen. Er war der Friedefürst und er ist der Friedefürst. Er war die Liebe und er ist die Liebe. Er ist die Wahrheit, er war sie immer. Aber bitte. In 14 Tagen landen wir das so. Da bleiben dann nur mehr wenige Fragen offen, glaube ich. Und dann gehen wir auf Mittwoch und gehen wir Vers für Vers. Alles klar? Jesus siegte, indem er starb. Vers 9. Nein, wir verkündigen, wie geschrieben steht. Was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keine Menschen je in den Sinn kamen, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis offenbart. Jesus siegte, indem er starb. Und die Passage, die jetzt folgt, Offenbarung 19, mit der beginnen wir nächstes Mal. Wie beginnt sie? Dann sah ich den Himmel geöffnet und auf einmal erschien ein weißes Pferd. Der Reiter heißt der Treue und der Wahrhaftige. Er führt einen gerechten Krieg und richtet gerecht. Aber das werden wir nächstes Mal abhandeln. Und all die Themen, die ich mir gesagt habe. Aber siehst du, dass wir eine positive Zukunft haben? Durch das Lammesblut und durch unsere Treue, unseres Bekenntnisses zu Jesus. Kann es sein, dass es auf der Welt noch schlimmer wird? Definitiv. Haben wir Angst? Nein. Bis Jesus wiederkommt, wird es wohl nicht besser werden. Amen? Im Gegenteil. Aber unsere Response sollte nicht Furcht, sollte nicht Angst, sollte nicht Auszucken sein, sondern Vertrauen. Du musst dir vorstellen, die Christen, die diesen Brief bekommen haben, die Offenbarung, die mussten beim Hineingehen in den Markt, in die Wirtschaft, Weihrauch nehmen und dem Kaiser. Und wenn man das nicht tut, dann konnte man an der Wirtschaft nicht teilnehmen. Oder an vielen Bereichen der Wirtschaft. Das hat ihn quasi finanziell gekostet. Dem Kaiser nicht zu opfern. Hat es Christen gegeben, die Kompromisse gemacht haben? Ja, sicher. Sicher. Die haben gesagt, okay, nein, ist ja nicht so schlimm. Ein bisschen Weihrauch dem Kaiser. Danke, Jesus. Wer kennt solche Christen? Danke, Jesus. Am Sonntag, Montag, ein bisschen Weihrauch für den Cäsar, für den Kaiser. Ein bisschen Weihrauch. Ein bisschen Weihrauch. Halleluja. Amen. Aber unsere Treue gehört wem alleine? Jesus. J-E-S-U-S. Jesus. Das Blut des Lammes. Und unser Bekenntnis. Und ich glaube, es wird schwieriger, diese Treue beizubehalten. Aber das ist alles, was Gott von uns verlangt. Dass egal, unter welchen Drohungen oder Bedrohungen oder Gefahren wir sind, den Namen Jesus dürfen wir niemals leugnen. Denn ihm alleine gehört Ehre und Macht in aller Ewigkeit. Halleluja. Und dann haben wir nichts zu befürchten. Weil wir wissen, wo wir hingehen. Und das ist Eden. Amen. Wollen wir aufstehen? Danke, Jesus. Wir loben dich. Wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte, Gnade. Du bist so ein guter Gott. Du bist der eine, wahre und lebendige Gott. Du bist Jesus, der Christus, der Messias. Gott, der Mensch wurde. Ich bitte dich, hilf uns Christen dabei. Uns ganz auf dein Blut. Auf dein Blut, was du am Kreuz vergossen hast, zu verlassen und dem Bekenntnis zu dir völlig treu zu bleiben. Uns nicht zu schämen, deinen Namen auszusprechen und zu dir immer und überall ganz zu stehen. Das verlangst du und das wollen wir dir geben. Und so besiegen wir das Böse. In dieser Welt heute. Nicht indem wir zurückschlagen oder Rache üben, sondern indem wir, wie du, die Haltung des Lammes einnehmen und dir vertrauen. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und hast dein Leben noch nicht dem Lamm anvertraut, dem Lamm Gottes, Jesus. Dann hoffentlich hast du heute gesehen, siehe, siehe des Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der Welt. Deine Sünden, meine Sünden. Ich bin um nichts besser wie du. Vielleicht sogar bist du besser als ich. Das kann alles sein. Aber ich habe den kennengelernt, der meine Sünden vergeben hat. Vielleicht bin ich bei 45 und du bei 55. Oder bei 85. Du brauchst einen Retter, weil du nicht perfekt bist. Zwei Verse, Römer 10, Vers 9. Mit dem Munde bekennen, Jesus ist Herr. Und mit dem Herzen an seine Auferstehung glauben. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Bete mit uns, wir helfen dir. Wir beten gemeinsam. Zu Hause kannst du auch laut mitbeten, um Jesus anzunehmen. Ich möchte auch das bitte jetzt sagen. Wenn du das schon getan hast, dann brauchst du es nicht wieder tun. Der Grund, warum wir es gemeinsam tun, ist nur um Geburtshelfer zu sein. Um den Menschen zu helfen, das zu sagen, das zu sprechen. Ich werde nicht jeden Sonntag aufs Neue errettet. Ich bin errettet. Aber wir beten es mit dir zu Hause oder mit dir hier, um dir zu helfen. Bitte, hab nie den Eindruck, dass du es wieder tust. Du machst es nicht für dich. Und wenn du es heute zum ersten Mal richtig machst, mach es gescheit und übergib dein Leben Jesus. Aber dann ist es ja so. Und das verlierst du auch nicht mehr. Es gehört dir. Er heißt, du bist sein Kind. Bete mit mir. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Im Namen von Jesus. Jesus, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Du wurdest Mensch. Du hast unter uns gelebt. Du bist perfekt. Du hast nie gesündigt. Und du bist für mich am Kreuz gestorben. Du hast meine Sünde getragen. Du hast meine Schuld getilgt. Dein Blut wäscht mich weiß. Von aller Schuld. Und jetzt bin ich bei 100. Nicht durch mich, sondern durch dich. Ich bin 100%. Durch dich gerecht. 100% vergeben. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich gehöre dir. Es ist vollbracht. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Du bist auferstanden von den Toten. Du bist mein Herr und Erlöser. Ich bin jetzt Teil der Familie Gottes und des Reiches Jesu. Amen. Und mach mich. Und mach mich. Für uns alle Gute ist es jetzt. Mache mich zu einem Reich Gottes Menschen. der jeden Tag daran denkt. Ich gehöre zum Reich Jesu. So soll ich leben. So soll ich beitragen. So soll ich helfen. So soll ich Hungrigen zu essen geben. Weil ich zu Jesus gehöre. zum Reich Gottes. In Jesu Namen. So soll ich meinem Leben. Vielen Dank.